Moin, hallo und willkommen zurück zu The Technomancer. Ich bin immer noch auf dem Weg zu den Slums. Ich muss hier noch einige Aufgaben erledigen. Ich hoffe, ich kriege das alles hin. Ich muss mich erstmal wieder durchprüfen durch alle AC-Agenten. Ich spinne hier. Oh ja. Ja, ja. Komm schon. Ich muss mich wieder hoch zugeheben. Auf meine Freundin anzuschießen. Auf mich anzuschießen. Komm her, hier. Kannst du das machen, wenn deine Waffe auf der Hals gelocken ist, ne? Du musstest lange warten. Jetzt, wie gesagt, kann ich aber pülen. Bist du bei dir aus, Nisha? Du bist ja noch ein bisschen am... Eck da. So. Na also. Müssen wir wieder ein paar Minen basteln, glaube ich, hier. Kann ich noch ein bisschen einsetzen. Das Problem ist halt, dass meine... Meine Mädels halt immer mitten im Geschehen stehen. Die müssten ein bisschen auf Abstand gehen, wenn ich diese Fallen lege. Achso, ich muss ja hier runter gehen. Hier geht's lang. In die Slums. Zum Schuppen muss ich ja auch noch. Da müsste ich immer Scott dabei haben. Ich fühle mich wie ein Idiot. Ich fühle mich, dass ein Jackass mit zwei Augen ist, wird keine Gefahr. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Ich fühle mich, wie ich den Start hier benutzen kann. Ich dachte, das ist hier doch viel zu klein. So. Okay, jetzt habe ich hier eine Menge Ausrufe. Die sind alle da hinten in der Ecke. Also ich kann eigentlich links lang gehen und den Rest alles ignorieren hier. Aber ich muss hier nochmal mit... ...mit Scott hinrennen. Gucken wir mal, wenn ich die jetzt hier alle abklappern kann, wäre das gar nicht so schlecht. Die sind alle da hinten und da kann ich auch hingehen. Das heißt, ich muss jetzt hier runter und dann da rüber. Ja. Das könnte Black Dahlia sein, die Gruppe. Genau. Hallo. Hallo, Mara. Well, well, Zachariah Mansur. Wo es ist, du hast eine sehr große Bounty auf deinem Kopf. Relax. Du bist ein Freund hier. Niemand hier wird nachher kommen. Was können wir für dich machen? Ich habe gesagt, dass Victor eine Mädchen hüriert. Das Ring-Belle? Sure, sure. Asshole exploits young ladies to drag secrets out of horny old men. Then blackmails them. Guy's a crackerjack prick. Treats the girls like slaves. No, worse. Like slabs of meat. With a little evidence, I could put an end to his trafficking. Any idea where I might find some? There's a guy Victor uses to wrangle the girls and all the info they get. Writes everything down on a tablet. Steal the tablet, steal all the info on it. Probably some shit on there to incriminate the giant cock, too. Where's the tablet? At the guy's place in the exchange, probably. We wanted to go kill him, but the place was too well guarded for us. Maybe not for you, though. Hope you do what we couldn't. Gonna try my best, Mara. A colonel hand in hand with a pimp? I'd laugh if it weren't such a tragedy for these poor girls. Here's hoping that the tablet provides all the evidence we need. The man hungers for control and spies on everyone. With an all-seeing eye. Makes me wonder what pushed him. This scheme is far too risky. Oh, Zach. This is a tried-and-tested method for earning political secrets. Victor isn't the first and he certainly won't be the last. Let's pray that this costs him dearly. Okay. Dann gehen wir mal. Ist mir nicht abgefahren, wenn ich das alles holen kann. Gucken wir mal. Wo muss ich denn jetzt hinlaufen hier? Nach hinten muss ich laufen, ne? Das heißt, hier durch und dann da hinten lang. Okay. Dann da lang und dann da drüben lang. Dann komme ich zum Mutantenferd, glaube ich, ne? Ja. Das stimmt. Gehen wir jetzt in den Mutanten vielleicht? Oh, hier. Nicht schießen. Schießt hier doch wieder einer. Oh, die Spinne. Sollt aufhören zu schießen. Muss ich den Berserker gleich wieder raushängen lassen? Ich glaub's, ich spinne hier. Ja, mach sie fertig, Nija. So. Haben wir uns gerade darüber unterhalten und dann krieg ich gleich auch eine Mütze. Alles mitnehmen. Das braucht ihr sowieso nicht mehr. So, war hier noch ein Dude? Ne, okay. Dann muss ich jetzt, glaube ich, hier reingehen, ne? Nicht richtig. Da oben, ja. Ich hab die zwar auch ein bisschen erpresst zwischendurch oder unter Druck gesetzt, aber naja. Ich kann mit denen reden, die ich geholfen habe, hier, ne? Hey, da. Hallo. Was will der Mann? Ich bin Zachariah Manser. Ich bin ein Alli der freien Mutanten und ich brauche ein paar Informationen. Sie ist aufhören, aber ist nicht sicher, ob sie helfen kann. Informationen über die geheimen Quartiere des ASC. Ich weiß, dass die ASC-Fahrzeichen irgendwo in der Stadt haben. Wahrscheinlich in den Schlumpen. Wahrscheinlich benutzen Mutanten, um sie zu bauen. Ich muss sie finden. Du weißt, wo sie sind? Der Mann war glücklich, sie zu finden. Sie hat gearbeitet, um das Ort zu bauen. Sie kennt den Weg unter der Grund, der direkt zu erledigt. Sie kann es auf einer Karte zeigen. Danke. Ja, das wäre eine große Hilfe. Alles klar. Tritt das Hauptquartier des ASC. Will ich da jetzt hin? Was? Dem Anführer hin. Hey, bist du der Chef von hier? Er ist, ja. Ich bin der Chef von denen, die nicht willig baut werden. Willst du mich verletzen? Nein, ich bin Zachariah Manser. Ein von deinen Leuten hat mich geholfen. Sein Name ist Phobos. Er fragt mich, um dich zu helfen. Ich weiß diesen Namen. Ich fühle mich, als ich träume. Ein Mensch? Offerend zu helfen, uns? Ich will nicht sagen, aber ich hoffe, ich werde nicht wundern. Ich brauche Explosiven, damit wir uns in den Unterwärmeln Aber ich kann nicht mehr hier machen. Sie sehen würden eine Kontrabe an mich direkt. Wenn Sie finden, wir können eine große Hilfe für uns zu erledigen. Und ich brauche, ein paar Gruppen zu warnen. Sie müssen auch ein räuschungsvolles Gespräch geben. Einige von ihnen sind furchtbar, dass sie die Menschen nicht zu erledigen. Aber vielleicht sie hören können Sie zu dir. Insofern, es gibt ein letztes Problem. Was? Wir haben einen Möbel. Es gibt ein Bruder, der arbeitet für die Menschen. Ich habe nicht herausgefunden, wer. Aber wenn wir ihn nicht ausfüllen, wird unser Erkaufsplan verfolgen, bevor es sogar begann. Hast du eine Idee, wie er seinen Koffer schlägt? Nicht sicher. Aber wenn der Mensch unsere legendären Icons abbringt, wie Phobos oder Scum, dann könnte er versuchen, es zu überführen und sie zu den Mönchen singen. Okay, ich will es sichern. Das ist noch so wunderschön, aber ich danke dir. Okay, ich schaffe eine Bombe. Ja, natürlich. Mal eben. Wo soll ich die denn hernehmen? Ich überrede so viele Mutanten wie möglich zur Flucht. Okay, dann überreden wir mal. Okay, ich will. Ich will nur wissen, was Phobos und Scum. Wenn du nicht behalst, was du? Er weiß nichts über diese Namen. Die Namen sind nicht aus der Pen. Okay, du willst nicht raus, bist du? Warum? Er will. Er will. Wenn wir versuchen, wir werden, wir werden wie eine Böge. Äh, argumentieren, vom Mutantental erzählen, über die Flucht aus Ophir reden, über Phobas reden. Okay. Wer fliegt, äh, über die Flucht aus Ophirien? I know you're scared, you'll get caught. And what'll happen to you if you do? But if you take the underwork, you'll reach the place the merchants keep their sand sails. They're your allies. They'll help you escape. I have a feeling you do know, Phobos. You know how many times he's fled the city, helped others like you be free? And he's done it alone, which you won't have to do. You'll find help every step of the way. You'll be fine. Nein. He, I, I, I can't stay here, while my brother's escape. Tell the Chief, I am ready to break free too. Hey. Hello, Van. Can he help you? If he can tell me about Scum and Phobos, maybe. He has never heard those names. If you're not a mole, why didn't you try to escape with the rest? He, he is scared. He has seen brothers caught trying to do so. The brothers were beaten. And worse, there, there is no escape. There is only death. 75% in Server reden. Ich probiere es trotzdem mal mit den normalen Argumenten. Surely you've heard of Mutant Valley. A beautiful city. Built into the landscape's natural shade. Where Mutants are free to do what they please. True paradise. I do often dream about it. It gives me... hope. Phobos and Scum are the Chiefs of Mutant Valley. They're highly respected orders that represent the voices of your free brothers. Even as free mutants, they do everything they can to free the ones who are still slaves. But only of course, if they agree to leave. I had to escape from the city myself. Even with most of the militia and the secret police on my tail, I managed to do it. And look at me. I'm all in one piece. You are a good man. I didn't think people like you existed. If you and Phobos will help, I cannot idly stand by. Tell the Chief, I'm in. Thank you. I will. Be ready. Okay, noch einer. Ich hab den Dude immer noch nicht gefunden hier. Hm. Hi. Hi. What can he do for the man? He can tell me what he knows about Phobos and Scum. He knows only they're mutant rebels. He's escaped with many mutants to create a mutant nation that is the enemy of Mother Abundance. Traitors who were hiding far from here. Somewhere he does not know. Well, looks like we've found our mole. Okay. Gefunden. Are they a bunch of Pussies? We gotta get some balls. Get hungry to kick some ass. What the hell do you need to convince them for? They're scared, Amelia. Their spirits have been broken. I know, but... They got a chance to be free. Get excited! Just saying. Okay. Drei von dreien. Naja, eigentlich zwei von dreien, aber ja. Ich muss noch Dinge besorgen, ne? Wo finde ich denn das Zeug? Da hinten sind zwei Ausrufezeichen. Das heißt, ich muss hier nochmal weg. Aber erstmal rede ich noch kurz mit dem Anführer. Bringt mir das fast mit dem Anführer zu reden? Ne, ne? Göttliches Missfallen. Ähm. Schau mal das Tablet des Zuhälters. Rede mit Amelia über die Bombe. Okay. Bist du hier, Amelia? Dann kann ich mit dir reden. Huh. Amelia. Äh, hast du Sprengstoff? Ich brauche ein paar Explosiven, um die Mutanten zu helfen, durch die Unterwerke. Hast du noch? Gut, dass du die einzige Frau auf dieser Planeten gefragt hast, die immer ein bisschen Nitro in ihr Pocket hat, für nur so eine Zeit. Ich kann dir ein paar Explosiven machen, aber nicht etwas, was ich einfach irgendwo machen kann. Ich kann es in meinem Schaden. Ich habe Reagents in da und genug Raum, um zu arbeiten. Das wird Dinge sicher. Relativ zu sagen. Okay, dann gehen wir da hin. Das heißt, da muss ich dann mit dir nochmal hingehen. Okay. Wieder was geschafft. Jetzt muss ich... Was muss ich denn jetzt noch machen? Ich muss... Eigentlich bin ich im Endeffekt, ob ich ins Curiosity noch gehe. Und mit dem großen Unbekannten rede. Wenn ich hier gerade in der Gegend bin. Das mache ich mal. Aber ich würde sagen, in der nächsten Episode. Alles klar, es macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao.